Ich bin Solutions-Architekt für Internet der Dinge und bin in München stationiert. Ich bin der Operations-Cluster-Leader für AWS hier in Deutschland, in Frankfurt. Ich leite das Public Sector Partner Team bei AWS in Berlin. Wir haben hier viele verschiedene Kulturen. Bei AWS gibt es viele Menschen aus der Welt. Everyone is valued and appreciated. Und ich denke, wenn man diverse backgrounds hat, ist es, wenn man ein Recher Opinions bekommt. Was ist unique, oder vielleicht peculiar, bei AWS ist, dass alle Leute über ihre Personal-Growth und ihre Karriere-Growth sind. So, AWS gibt es viele Möglichkeiten, zu lernen und zu growlern. Especially nach der Universität, es ist sehr wichtig, in einem Ort, wo man die Unterstützung braucht, für ihre eigene Karriere-Growthin. Ich habe viele Dinge gelernt, nicht nur über die Technik, sondern auch über wie zu arbeiten mit anderen Leuten, und zu unterstützen, und zu arbeiten als eine Team. Und die beste Sache ist, dass du all diese Möglichkeiten hast, und jeder hilft und guadetst dich. Ich denke, Work Like Balance ist sehr flexibel. Es wirklich auf dich. Wie viele Leute arbeiten von Hause, wenn wir in der Arbeit kommen, ist es immer gut zu sehen, so viele Leute. AWS wirklich vertraut in dich, dass du dich, die ihre eigene Entscheidung machen. So, if I need to go to a doctor's appointment in the middle of the day, that's totally fine. AWS is still a big company, but it feels more like a start-up. There's always room to actually build new initiatives, you're always heard. I think leadership is very approachable. I really like innovating and discovering new things. I get to think about a new problem and try to find a solution that hasn't been done before. If you have the love for hardware, if you have the love to learn about new things and interact with a very smart team, I can guarantee you will get the support from your team in AWS and you will be challenged to grow every day. Every day is exciting. Thank you. Thank you.